Widerspruch Nummer 3 In der Apostelgeschichte 7 wird von einem Stephanus berichtet. Dieser Stephanus soll von Heiligem Geist gewesen sein. Wirklich? Schauen wir uns doch an, was Stephanus uns erzählt. Jedes Kind, das eine Pesahaga da liest, weiß, dass die Israeliten als eine Gruppe von 70 Personen nach Ägypten hinabzogen und in der Folge zu einer großen Nation wurden. Diese Aussage taucht im Alten Testament an drei Stellen auf. Dort heißt es, eure Väter gingen nach Ägypten hinab, insgesamt 70 Personen. Das steht in Dvarim 10, 22, Exodus 1, 5, Genesis 46, 27. Es ist unbegreiflich, dass Stephanus eine Person, die voll des Heiligen Geistes beschrieben wird, fälschlicherweise behauptet, und Josef sandte eine Nachricht und lud Jakob, seinen Vater und alle seine Verwandten ein, zu ihm zu kommen. Insgesamt 75 Menschen. Das steht in Apostelgeschichte 7, 14. Nun können einige sagen, ja, aber die Septuaginta spricht auch von 75 Personen. Stimmt, aber die Septuaginta widerspricht sich. In Genesis und Exodus sagt die Septuaginta, dass 75 Personen waren, aber in Dvarim dagegen 70. Dagegen hat der hebräische Text konstant 70 Personen. Wenn nun Stephanus voll des Heiligen Geistes wäre, hätte er die Bibel auf Hebräisch gelesen, oder spricht der Heilige Geist plötzlich Griechisch? Aber das ist noch nicht alles. Stephanus sagt, und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und sein und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem hinübergebracht, in das Grab gelegt, das Abraham für Geld gekauft hatte, von den Söhnen Hamors in Sichem. Bitte? Jakob wurde in Sichem begraben, in dem Grab, das Abraham gekauft hatte, von den Söhnen Hamors? Falsch. Jakob wurde nicht in Sichem begraben, und auch hat Abraham kein Grab in Sichem gekauft. Jakob wurde in Hebron begraben, in dem Grab, das Abraham gekauft hatte, von Ephron, und nicht von Hamor. So wie es heißt in Genesis 50, 13. Seine Söhne brachten ihn in das Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Feldes Machpelah, des Feldes, das Abraham als Grabbesitz von Ephron, dem Hittiter, gegenüber Mamre gekauft hatte. Stephanus bringt hier grundlegende Tatsachen durcheinander, denn Josef, nicht Jakob, wurde in Sichem begraben, auf dem Feld, das Jakob von Emor gekauft hatte. Was lernen wir daraus? Traut niemals einem Menschen, von denen behauptet wird, sie haben Heiligen Geist. Warum die Wahrheit über die Stephanusrede den messianischen Juden und Christen verschwiegen wird. Zu Beginn des Videos möchte ich einen messianischen Juden zitieren, der einige falsche Behauptungen aufstellt über die Stephanusrede des Neuen Testamentes und sich später mit einer Wahrheit konfrontieren, die Sie sicher noch nie gehört haben. Ich garantiere Ihnen, dass Sie nach diesem Video die Bibel mit einem anderen Gefühl lesen werden, wenn Sie erstmal begriffen haben, was ich Ihnen hier mitteilen möchte. Ich zitiere nun den Glaubensbruder Hosea Benzion. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dass es Fehler im Neuen Testament gibt, war ich ziemlich überrascht. Vielen anderen ging es genauso. Schließlich sind wir mit den Gedanken aufgewachsen, dass die Bibel Gottes Wort unverfälscht ist. Es gibt Übersetzungsfehler, die sogar den Inhalt unserer heutigen Bibeln verfälschen. Davon schrieb ich in den anderen Teilen Schock, was ist nun mit meiner Bibel los und Bibelschock Teil 2. Dass es aber auch Verse gibt, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, das hat mich doch sehr schockiert. Siehe ein gewisser Stephanus. Im 6. und 7. Kapitel der Apostelgeschichte begegnen wir einen Mann namens Stephanus, der als Diakon für die Gemeinde in Jerusalem eingesetzt wird. Wir wissen nicht viel über diesen Mann, doch nicht nur sein Auftritt vor dem Hohen Rat wird beschrieben wie der eines Helden. Es ist ein Mann voll Glauben und Kraft. Er tut Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Apostelgeschichte 6, 8. Niemand konnte der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, widerstehen. Apostelgeschichte 6, 10. Vor dem Hohen Rat spricht er voll heiligen Geistes. Apostelgeschichte 7, 55. Und sein Äußeres veränderte sich sogar. Apostelgeschichte 6, 15. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie ein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Doch trotz aller Weisheit und Erfüllung enthält seine Verteidigungsrede Fehler, die man so nicht erwartet hätte. Schauen wir uns diese an. Wie viele Seelen kamen nach Ägypten? Die Zahl 70 ist nicht irgendeine Zahl. Viele Male kommt sie in der Bibel vor. Der Sanhedrin hatte 70 Mitglieder, es gab 70 Älteste, Noah hinterließ 70 Völker, die Ägypter beweinten Jakob 70 Tage und Jakob kam mit 70 Nachkommen nach Ägypten. Erste Buch Mose, 46, 27. Und die Söhne Josefs, die in Ägypten geboren sind, waren zwei Seelen, sodass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, 70 waren. Doch in der Rede von Stephanus lesen wir von einer anderen Zahl, Apostelgeschichte 7, 14. Da sandte Josef hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Dritte Behauptung. Jakob in Sichem. Wir lesen in der Tora, welche drei Plätze in Israel von welchen Vorvätern gekauft wurden. Ein Teil von Sichem, von Jakob. Ein Teil von Hebron, von Abraham. Ein Teil von Jerusalem, von David. Doch in der Apostelgeschichte werden hier ein paar Dinge durcheinandergebracht. Apostelgeschichte 7, 15, 16. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb. Er und unsere Väter. Und sie wurden hier rübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um einer Summe Geld von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, gekauft hatte. Hier die entsprechenden Stellen im Tenach, den sogenannten Alten Testament. Erster Buch Mose 33, 18-19. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kana anliegt, nachdem er aus Paddan Aram gekommen war und erlagerte sich der Stadt gegenüber. Und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, für 100 Kisita. Also Jakob hat das Grab in Sichem gekauft, nicht Abraham. Wir kommen zum gleichen Schluss, wie bei den vorigen Teilen. Die Tora ist das Fundament und alles muss in Übereinstimmung mit ihr sein. Nichts darf ihr widersprechen. Und so sind wir aufgefordert, zu prüfen und zu studieren. Zitat Ende. Nun ist der Nature 23 an der Reihe. Dass es Ungereimtheiten in der Stephanusrede zur traditionellen Interpretationslehre des Judentums gibt, steht außer Frage. Aber zu glauben, dass die Aussprüche fehlerhaft seien, die von Stephanus getätigt wurden, scheint mir sehr gewagt zu sein. Und deckt sich mit der Neuen Testamentkritik, die von vielen messianischen Juden geteilt wird. Oftmals werden Aussagen von Paulus oder anderen als unwahr abgestempelt, wo doch schon die Schrift selber sagt, dass viele Aussagen von Paulus schwer zu verstehen sind. Zitat von Apostel Petrus übrigens. Nun hat aber die Apostelgeschichte ein gewisser Lukas geschrieben. Und da darf doch der Leser erwarten, dass alles klar und unmissverständlich rüberkommt. Ja, das versucht sie ja auch, erwartet aber, dass man seine jüdische oder traditionell christliche theologische Brille abnimmt und es mit offenen Augen betrachtet. Wer sich da geistlich verklemmt, wird nie zur absoluten Wahrheit kommen, geschweige Antworten in der Bibel finden. Gehen wir nun kurz auf die erste Behauptung ein. Stephanus hätte gelogen oder Lukas hätte falsche Angaben in sein Evangelium geschrieben. Waren es nun 70 oder 75 Seelen, die nach Ägypten zogen? Und kaufte Jakob oder Abraham das Grab von den Söhnen Hemors? Ich mute keine messianischen Juden oder traditionellen Christen zu, alle Bibelstellen entschlüsseln zu können oder zu enträtseln, wenn es um scheinbare Widersprüche geht. Aber ein offenes Ohr und Herz wäre schon wünschenswert und vor allem Zurückhaltung zu wahren, falls man mal etwas nicht versteht und es gleich als Widerspruch abzustempeln versucht. Schauen wir uns die Bibelstellen genauer an. Die angeblichen Unwahrheiten des Stephanus, Apostelgeschichte 7, 12 Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seine Brüder zu erkennen. Und die Abstammung Josefs wurde dem Pharao bekannt. Da sandte Josef hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Und nun der Text der Thora. Erster Buch Mose 46 Ja, was denn nun? 70 oder 75? Es gibt zwei Erklärungsversuche im traditionellen Christentum zu der Sache. Erster Versuch Lukas zitiert die LXX, die sogenannte Septuaginta. Die Übersetzung des sogenannten Alten Testamentes ins Griechische, wo geschrieben steht in 1. Buch Mose 46, 26. Alle Seelen aber, die mit Jakob nach Ägypten einzogen, die aus seinen Hüften hervorgegangen waren, ohne die Frauen von Jakobs Söhnen waren insgesamt 66 Seelen. Die Söhne des Josefs aber, die im Land Ägypten geboren wurden, waren neun Seelen. Alle Seelen vom Jakobshaus, die nach Ägypten eingezogen, waren 75. Nun ist es so, dass es keine einzige überlieferte Handschrift der Septuaginta gibt, die vor 100 nach Christus datiert ist. Somit kannte der Abschreiber oder Autor der LXX-Handschrift das Neue Testament und konnte angebliche Widersprüche glätten, indem er Anpassungen unternahm im Alten Testament. Wir haben heute keine einzige Handschrift vor 100 nach Christus, die belegen könnte, dass auch vor Jesus Zeit 75 Seelen in 1. Buch Mose 46 gestanden haben sollte. Den zweiten absurden Erklärungsversuch werde ich später noch einbringen. Nun zur zweiten Behauptung, wer kaufte das Land von den Söhnen Hemors? Jakob oder Abraham? Die angebliche Unwahrheit des Stephanus oder der Fehler Lukas, eine Person verwechselt zu haben. Apostelgeschichte 7, 15. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und ins Grab gelegt, dass Abraham um eine Summe Geld von den Söhnen Hemors des Vaters Sichems gekauft hatte. Jetzt der Text des sogenannten Alten Testamentes mehrfach bezeugt. 1. Buch Mose 33, 18. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kana anliegt, nachdem er aus Paddan Aram gekommen war. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors des Vaters Sichems für 100 Kisita. Nochmals bestätigt in Josua 24, 32. Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hemors des Vaters Sichems um 100 Kisita gekauft hatte. Und es wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. Eindeutig also Jakob. Aber Abraham kaufte doch auch ein Land in Kana an, oder? Ja, aber nicht in Sichem und auch nicht von den Kindern Hemors, sondern von Ephron, dem Hittiter in Hebron. 1. Buch Mose 23. Und Sarah wurde 127 Jahre alt. Das sind die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb in Kejad, aber das ist Hebron im Land Kana an. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hittitern. Und er redete mit Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sprach wohl an, Wenn du geneigt bist, so höre mich, nimm von mir das Geld, das ich dir für den Acker gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm, Mein Herr, höre mich, das Feld ist 400 Schäkel Silber wert. Was ist das schon zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er vor den Ohren der Hittiter gesagt hatte, nämlich 400 Schäkel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. So wurde der Acker Ephrons bei Machpelah, der Mamre gegenüberliegt, der Acker samt der Höhle, die darin ist, auch alle Bäume, auf dem Acker und innerhalb aller seiner Grenzen, dem Abraham als Eigentum bestätigt vor den Augen der Hittiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Danach begrub Abraham seine Frau, Sarah, in der Höhle des Ackers Machpelah, Mamre gegenüber in Hebron, im Land Kana an. So wurde der Acker und die Höhle darin dem Abraham von den Hittitern als Erdbegräbnis bestätigt. Hier wird ein ganz anderes Land erwähnt, als das, was Jakob kaufte. Das traditionelle Christentum hat keine plausiblen Antworten hierfür zu bieten, prüfen sie selber nach in ihren Kommentarwerken. Um zu verstehen, dass sowohl die 70 als auch die 75 Seelen richtig sind und sich nicht widersprechen und auch die Frage, wer kauft nun das Land von den Seelen Hamors, Jakob oder Abraham, braucht es ein wenig Vorwissen. Fangen wir an. Was lesen wir über Abrahams Ende? Erste Buch Mose 25. Und Abraham verschiet und starb in gutem Alter und lebenssatt und wurde zu seinem Volk versammelt. Und seine Söhne Isaac und Ismail begruben ihn in der Höhle Machpelah auf dem Acker des Ephron, des Sohnes Zoas, des Hittiters. Mamre ging über in dem Acker, den Abraham vor den Hittitern gekauft hatte. Dort wurde Abraham und seine Frau Sarah begraben. Was wurde über Abraham gesagt, als er mit seiner Frau Sarah bei Abimelech war? Was sagte Gott zu Abimelech? Erste Buch Mose 20, Vers 7. So gib nun dem Mann Abraham seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Was sagte am Ende Jakob zu seinen Söhnen, was sie mit ihm machen sollten, sobald er stirbt? Erste Buch Mose 49. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen, Ich werde zu meinem Volk versammelt werden, begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons, des Hittiters. In der Höhle auf dem Acker Machpelah Mamre gegenüber, im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erdbegräbnis gekauft hat, von Ephron, dem Hittiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben, dort hat man Isaac begraben und seine Frau Rebekah, und dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurde den Hittitern abgekauft. Und jetzt stellen sie sich folgende Frage. Was passierte wohl mit diesen fünf, als sie zusammen mit dem Leib des Propheten Abrahams zusammen in einem Grab sich befanden? Sarah, Abraham, Isaac, Rebekah und Lea. Es passierte genau das Gleiche wie in der Königszeit 2. Könige 13. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifscher kommen, und sie warfen den Mann in das Grab des Propheten Elisas, und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Stephanus irrte sich nicht, als er sagte, Abraham kaufte das Grab von den Söhnen Hemos. Aber wie sollte das möglich sein, wenn er tot ist? Ist er das? Fragen wir Jesus, Matthäus 22. An ihrem Tag traten Sadduzea zu Jesus und sagten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Das lag daran, dass nach der Überlieferung die Sadduzea nur die fünf Bücher Mose als göttlich inspiriert betrachten und glaubten. Was antwortete Jesus ihnen? Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Der spricht, ich bin der Gott Abrams und der Gott Isangs und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Haben Sie gehört? Der Lebendigen. Abraham, Isaac und Jakob. Nicht der Toten. Schauen wir doch mal in Matthäus 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Wo kamen eigentlich diese drei Weisen her? Und woher kannten sie den Geburtstag von Jesus und sahen einen Stern, der ihnen zeigen sollte, wo Jesus geboren wird? Wer waren überhaupt diese Weisen? Kaspar, Melchior und Balthasar? Nein. Wer war wohl einer von ihnen? Schauen wir doch mal, was in Johannes 8 steht. Jesus sagte, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen. Sie kamen aus dem Osten, dem Morgenland. Hm, was befindet sich da wohl? Erster Buch Mose 2 Und was brachten die drei Weisen zu Jesus, Matthäus 2? Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Mürre. Wer waren diese Weisen aus dem Osten? Diese Weisen waren Abraham, Isaac und Jakob, die nach ihrer Auferstehung zu Menschen den Tod der Sünde nicht mehr schmecken werden. Hebräer 9, 27 So gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch, der von den Toten auferweckt wird, wird nicht mehr sterben, außer durch ein Gericht Gottes. Ich spreche nicht von Auferstehung zu einem Geistwesen, sondern eine Auferstehung in Fleisch und Blut. Abraham, Sarah, Isaac, Rebekah, Jakob und Lea leben seit 4000 Jahren auf dieser Erde. Nicht nur Jerobeam und der falsche Prophet, möglicherweise sogar noch andere, die schon einmal verstorben sind, der selbst ein verheirateter Prophet war oder mit einem Propheten begraben wurde. Lösen wir die beiden Verse auf. Der Unterschied zwischen 1. Buch Mose 46, die 70 Seelen und die 75 Seelen aus Apostelgeschichte, ist der, dass die 70 bei Jakob aus seinem eigenen Haus kamen. Und in Apostelgeschichte wird über seine Verwandtschaft gesprochen. Abraham, Sarah, Isaac und Rebekah und seine Ex-Frau Lea kamen mit nach Ägypten. Ein Geheimnis, das Gott seit 2000 Jahren im Neuen Testament nicht offenbart hat, zumindest für das deutsche Volk. Was auch immer jene dann dort gemacht haben, spielt keine Rolle. Aber allein die Vorstellung, dass jene leben, ist erst mal zu begreifen. So macht es auch Sinn, zu verstehen, wer die Weisen aus dem Osten waren und woher sie das alles wussten, obwohl es doch keine Israeliten waren. Oder waren sie es doch? Es könnte sein, dass jene im Garten Eden leben. Möglicherweise können sie ihn sehen und haben sogar Zugang zu ihnen, weil sie den Tod der Sünde schon gestorben sind. Und wer kaufte nun das Land von den Sänen in Hemors? Abraham kaufte es für seinen Enkel. Abraham hatte ja genug Gold. Oder sollte ich sagen, Chesita? Ungewöhnliche Währung. Vielleicht hat Eden mit der Währung was zu tun. Genau wie die Priester für Judas einen Acker kauften, so kaufte Abraham einen Acker für seinen Enkel, der dann automatisch in seinen Besitz überging. Denn alles, was Abraham kauft, geht an den Nächsten seines Hauses. Und das war Jakob. Er hatte das Erstgeburtsrecht. So erwarb sich auch Jakob einen Acker, obwohl ihn Abraham gekauft hatte. Wir sehen also, es gibt keine Falschaussagen von Stephanus in seiner Rede, sondern nur falsche Ansichten, traditionelle falsche Lehren im Christentum und kein Verlass auf endzeitliche Erkenntnisse, die in Daniel versprochen wurden. Zum Schluss noch der zweite Versuch des Christentums, das mit den 75 Seelen zu lösen, ohne auf die LXX einzugehen. Dicht dran, aber auch vorbei. Es wird behauptet, dass Jakob alle fünf Leichen aus dem Grab Hebron ausgehoben hat und mit nach Ägypten brachte. Ja, nee, ist klar. Vor allem, wo doch geschrieben steht, 75 Seelen und 70 Seelen und 5 Tote. Denn eine Seele besteht aus Leben, Fleisch und Blut. Hesekiel 18, 20. Die Seele, welche sündigt, soll sterben. Es gibt noch weitere Hinweise in der Bibel zu dieser Auslegung. Jetzt werden wir noch auf ein paar Bibelstellen eingehen, die zum Nachdenken anregen sollten. Zum einen haben wir Jakobs selbige Beerdigungen. Die lesen wir in Kapitel 50, 1. Buch Mose, Vers 2. Danach befahl Josef seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater einbalsamierten. Und die Ärzte balsamierten Israel ein. Und sie verwendeten darauf volle 40 Tage. Denn so lange dauert die Einbalsamierung. Aber beweint haben ihn die Ägypter 70 Tage lang. Hey, darf man sich die Frage stellen, warum wurde denn eigentlich Jakob einbalsamiert? Warum war das wichtig nach der Weise der Ägypter? Wir wissen natürlich, in den Legenden ist es ja so, dass man Personen einbalsamierte, um zu hoffen, dass sie dann auch von den Toten wieder auferstehen würden im alten Ägypten. Und man könnte sich natürlich die Frage stellen, woher kommt dieser Glaube daran, dass man da, wie gesagt, dafür sorgt, dass der Körper nicht verwest. Und das Gleiche hat man hier mit Jakob getan. Ja, und Jakob selbst musste ja erst noch in das Grab gebracht werden. Er ist ja in Ägypten verstorben. Und bis dahin dauerte es eine ganze Weile. Man konnte ihn nicht einfach so nach seinem Tod eine Woche später dorthin bringen. Nein, der Körper wäre sicherlich denn schon verwest, wenn sie ihn dann da zur Grabe gebracht hätten. 70 Tage später oder wer weiß, mit der Reise noch inklusive. Ja, kann es bis zum halben Jahr gedauert haben. Und wir lesen mal weiter, was in Vers 5 steht. Ja, hier sehen wir also, dass es Jakob ganz wichtig war. Ja, er hat sozusagen einen Eid verlangt von seinem Lieblingssohn Josef. Ja, dass er ihn doch auch begraben soll in dem Grab, was er vorbereitet hatte in Kanaan. Wir sehen, ist das gleiche Grab, wo auch selbst Abraham und Isaac und andere dort begraben wurden. Er wollte unbedingt dort begraben werden. Und vorher sollte er wahrscheinlich auch noch einbalsamiert werden. Das hat er wahrscheinlich auch verlangt von seinem Sohn, dass er da nicht verwest, dass nur noch die Knochen da ankommen, sondern dass der Leib an sich dort ankommt, unverwest. Warum wohl? Ja, die Frage darf man sich stellen. Warum wohl? Ja, das kann sich verschwächtet der eine oder andere. Ich denke, jetzt gucken wir uns noch Vers 13 an. Sie führten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in die Höhle des Ackers Machpelah, die Abraham samt den Acker als Erdbegräbnis gekauft hatte von Ephron dem Hittiter gegenüber von Mamre. Also erst dann die sechste Person, die letzte, die aufgezählt wird. Und die denn hier in dieses Grab, das Abraham gekauft hatte, dann auch hineinkam. Ja, kann man sich die Frage stellen, was passierte denn eigentlich mit dem Jakob, nachdem er da begraben wurde? Wer weiß, was drei Tage später passierte oder vielleicht sofort. Wir wissen es nicht, ja, zu welchem Zeitraum, aber der eine oder andere kann es sich denken. Nun schauen wir uns mal seinen Lieblingssohn an, und zwar dem Josef. Was ist eigentlich mit dem passiert? In Vers 24 können wir das lesen. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe. Aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinausführen, in das Land, das er Abraham, Isaac, Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels. Auch er hat verlangt, so was wie, ihr möge euch der Fluch Gottes treffen, wenn ihr nicht das tut, was ich euch jetzt sage. Ja, und so sagt er hier, gewiss ich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinauf bringen. Auch ins Land Kanaan, ins verheißene Land. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und man balsamierte ihn ein. Also auch er wurde einbalsamiert, nicht nur sein Vater Jakob. Ja, und man legte ihnen ein Sarg in Ägypten, und zwar so lange, bis sie halt da rauskamen. Also, der war mehrere Jahrhunderte dort in diesem Grab einbalsamiert. Also er ist nicht verwest, also es waren nicht nur noch Knochen übrig. Ja, und diese Gebeine, also sein Leib hat man dann auch, ja, wieder hinaufgeführt. Gut, und das können wir lesen in Josef 24, was geschah da mit den einbalsamierten Josef, dem Lieblingssohn von Jakob. Das können wir nachlesen in Vers 32 in Josef 24. Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Isas aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hemos, des Vaters Sichens, um 100 Kisita gekauft hatte. Und es wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. Ja, hier, das ist das Landwohl, das Jakob gekauft haben soll. Ob er es wirklich erst gekauft hat oder sein Vater Abraham, ja, darüber kann man theoretisch streiten. Theoretisch kann es sowohl als auch sein. Ja, aber auch hier haben wir den Besitztum, den Jakob gekauft hatte. Ja, und dort wurde hier, so wie es aussieht, nur Josef begraben, einbalsamiert. Was ist eigentlich mit seinen Brüdern? Was ist mit Ruben und Simeon und Levi? Was ist eigentlich mit denen? Das sind ja auch die Erzväter, die Brüder von Josef. Ja, hat man die auch einbalsamiert? Tja, gute Frage, ne? In welchem Grab hat man die eigentlich begraben? Tja, irgendwie könnte man ja meinen, dass die Bibel nichts darüber aber erzählt. Aber erzählt sie das wirklich nicht? Das ist ja die Frage, ne? Wenn wir uns da mal Apostelgeschichte, das gucken wir mal aus der Nächte 23 Bibel nach, Apostelgeschichte 7 angucken, auf den Bibelferst, den hier auch Igor anbringt. Ja, gucken wir nochmal da hinein, was dort steht in Vers 15. Es zog hinab Jakob nach Ägypten. Ja, ist ja hingekommen, sein Sohn Josef war ja schon da. Und verschied er und die unsere Väter. Ja, also unsere Väter, damit ja auch gemeint, eben nicht nur Josef, sondern die ganzen zwölf Stämmesväter. Ruben, Gatt, Simeon und so weiter. Ja, die verstahmen alle in Ägypten. Und jetzt gucken wir, was im Vers 16 steht. Und sie wurden überführt nach Sichem und wurden gelegt in dem Grab, dass erstand für sich Abraham des Wertes an Silber von den Söhnen Hemos, des Sohnes Sichems. Ja, auch hier können wir uns die Frage stellen, legitimerweise, wer wurde denn dort überführt? Und sie wurden überführt. Wer denn? Jakob oder Josef? Jakob kam ja nach Ägypten. Josef war schon in Ägypten. Aber was ist mit den anderen? Die anderen Väter? Ruben, Simeon, Levi und so weiter. Ja, die sind ja auch verstorben. Und vielleicht kann man natürlich auch so interpretieren, dass man Vers 16 so sieht, dass mit sie wurden überführt die Erzväter gemeint sind. Also Ruben und so weiter. Auch jene vielleicht einbalsamiert oder auch nicht, das wissen wir nicht. Aber sie kamen nicht in das Grab von Abraham wahrscheinlich, das er gekauft hatte, wo er begraben wurde und seine Frau und Isaac und seine Frau und Jakobs Frau Lea. Und am Ende auch Jakob selbst. Und die wurden wohl auch nicht begraben, ja, in dem Grab, das Jakob gekauft hatte. Weil da lesen wir ja nur, dass Josef dort hineingebracht wurde. Also Josef wurde in dieses Grab hineingebracht, ja, über die anderen lesen wir eben nichts im Buch Joshua, dass Ruben, Gad, Naftali und so weiter auch dort begraben wurden. Weil es war ein Erbbesitz für, haben wir ja gelesen, können wir uns nochmal kurz anschauen, ne, hier, dass das das Erbbesitz von Josef ist als Erbteil. Also eigentlich haben ja da die anderen Stammesväter ja da eigentlich denn vermutlich nichts drin zu suchen, wenn es das Erbteil von Josefs selber ist, ja. Also sozusagen Jakobs Erstgeborenen, ja. Und was ist, was ist, wenn das Bild genau zum Beispiel so aussieht, da habe ich auch was vorbereitet, ja. Das wie gesagt hier in dem Grab, das Abraham gekauft hat von Ephron dem Hittiter, ne, da kann man nachlesen. Im ersten Buch Mose 49, 31, da wurden Sarah, Abraham, Rebekah, Isaac und Lea begraben, also die fünf Personen, die auch dann mit nach Ägypten kamen, nachdem sie von den Toten auferstanden sind. Das sind 75 Seelen und nicht nur 70, ja, und da wird ja nicht auf die Lendi, die Söhne von Jakob geschaut, sondern auf seine Verwandtschaft, also Vater, Mutter und so weiter und Großvater, Großmutter, ja. Und in diesem Grab, wie gesagt, kann man auch lesen, wurde später auch Jakob selbst dann auch begraben. Erste Buch Mose 50, 13. Und wie gesagt, in dem Grab, das Jakob von den Söhnen Hemos wohl gekauft hat, also wenn es Jakob war, diese Interpretation ist zumindest zulässig, kann Abraham gewesen sein, ist aber eine weite Interpretation. Aber wenn es Jakob selbst gewesen ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen, das sagt ja auch der Text, in dem ersten Buch Mose 50, Vers 24 bis 26, wurde einbalsamiert, genauso wie Jakob einbalsamiert wurde. Und in Josa 24, 32 kam er dann in dieses Grab, ja, von den Söhnen Hemos. Aber was ist denn, wenn Abraham zusätzlich noch ein Grab gekauft hat, ja, auch von den Söhnen Hemos, worüber aber der Text der Thora nichts sagt, muss er ja auch nicht. Im Neuen Testament stehen einige Dinge drin, die in der Thora nicht stehen, aber wenn der Heilige Geist Wahrheiten offenbart, warum soll er das nicht tun im Neuen Testament mit weiteren Informationen, dass halt einfach Abraham noch weiteres Gebiet gekauft hat, ein Grab gekauft hat von den Söhnen Hemos, ein Landgebiet. Ob er das nach seiner Totenauferstehung gemacht hat oder vor seiner Totenauferstehung, das weiß er nicht zu seinen Lebzeiten, könnte man beides theoretisch annehmen. Und da wurden dann wahrscheinlich Ruben, Simeon, Levi, Judah, Sibulon, Isascha, Gad, Ascha, Naftali und Benjamin begraben, ja, nach Apostelgeschichte 7, 16, in einem Grab, das Abraham von den Söhnen Hemos gekauft hatte. Ja, das ist wie gesagt auch eine legitime Auslegungsmöglichkeit, hier, die wir auch noch dazu erwähnen, sollte zur Apostelgeschichte 7, wie hier angesprochen, ja, wenn es darum geht, sie wurden überführt. Da steht ja nicht, er wurde überführt nach Sichem, ja, allein, sondern hier geht es um noch mehrere und dementsprechend hier darauf es sich auch beziehen könnte. Ja, also dementsprechend könnte man davon ausgehen, was völlig legitim ist, dass diese 6 Personen alle von den Toten schon auferstanden sind, das sind Menschen, aber die können nicht mehr sterben, weil sie der Sünde tot schon gestorben sind. Und auch Josef könnte von den Toten auferstanden sein, das könnte auch ihn, dadurch, dass es Erbbesitz ist, gekauft wurde von, ja, dem Fürsten von Josef, dem Erstgeborenen von Abraham. Auch ihm hier vielleicht ein Geheimnis, dass man ihn anvertraut hat, Jakobs hat vielleicht seinen Lieblingssohn erzählt, du pass mal auf, ich kenne da so einen Trick, ja, den haben hier meine Eltern, erzählt, dass halt, wenn man ein Leib in ein Grab begibt unter dem Priestertum, welche Sedeck und du vielleicht auch noch ein Fürst bist oder ein König oder was auch immer, oder Nazirea, war Josef ja auch theoretisch nach der Schrift, dann, ja, würdest du auch von den Toten auferstehen, nach einer bestimmten Zeit. Inwieweit, wie gesagt, die anderen jetzt hier auch, Ruben bis Benjamin auch, einbalsamiert wurden, weil, wenn sie es nicht wollen, waren sie nun Gerippe und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, da einen Seuchenden aus den Toten wieder herauszuholen, wenn er schon verwest ist. Jesus ist ja auch nicht verwest im Grab und die, die einbalsamiert wurden, auch nicht verwest und die, die hier verstorben sind, die fünf, sind ja frisch nach ihrem Tod begraben worden, da lesen wir nichts von langen Zeiten. Und, dementsprechend kamen sie auch unverwest ins Grab, Abraham in den Erbbesitz. So, und dann schauen wir uns nochmal ein paar Bibelstellen an, auch hier zum Nachdenken, 1. Buch Mose 23, Vers 6, wie kam es eigentlich, dass hier Abraham überhaupt dieses Grab da so lange behalten durfte, ja, für immer und ewig. Das ist natürlich alles, dass alles mit dem Tanach zu tun, in 1. Buch Mose 23, 6 können wir das lesen hier, da spricht das Volk zu Abraham wie folgt. Höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns, begrabe deine Tote im Besten unser Gräber. Ja, und nach diesem Prinzip, wenn wir da mal nach Hesekie 46 schauen, was sagt da das Gesetz über Fürsten? Hesekie 46, Vers 16 bis 18, können wir lesen, so spricht Gott der Herr, wenn der Fürst einem seiner Söhne ein Geschenk gibt, so ist es dessen Erbteil. Es soll seinen Söhnen verbleiben als ihr erblicher Besitz. Wenn er aber einem seiner Knechte etwas von seinem Erbbesitz schenkt, so soll es diesem bis zum Jahr der Freilassung gehören und dann wieder an den Fürsten zurückverfallen. Also an die Knechte, da muss es nach dem Erlass ja wieder zurückgegeben werden, aber die Kinder erben ewiglich den Besitz. Deswegen gilt auch der Besitz Abrahams als ewiglich, weil er ein Fürst ist und für Fürsten gelten diese Gesetze. Es ist ja sein Besitztum, seine Söhnen soll es verbleiben. Deswegen durfte ja auch Isaac da drin auch begraben werden unter anderem. Ja, und hier lesen wir noch im Vers 18, der Fürst soll auch nichts von dem Erbteil des Volkes nehmen, sodass sie mit Gewalt von ihrem Besitz verstoßen würden. Für immer dann nach dem Recht. Es soll von seinem eigenen Besitztum seinen Söhnen ein Erbe geben, damit nicht jemand von seinem Volk aus seinem Besitz verdrängt wird. Deswegen, dieses Gesetz gilt auch bei Abraham. Abraham ist ein Fürst, die Fürsten bekommen, die den Raum, den sie haben, auch ewiglich. Gucken wir dazu auch nochmal in Hesekiel 48, 21 rein. Da wurde das Thema auch nochmal aufgegriffen. Ja, hier, aber alles Übrige soll dem Fürsten gehören, zu beiden Seiten der Heiligen Weihegabe und des Grundbesitzes der Stadt, längs 25.000 Routen der Weihegabe an der Ostkretze und längs der 25.000 Routen an der Westkretze entsprechend den Stammesanteilen. Das gehört dem Fürsten. Ja, also hier hat der Fürst generell ein Anrecht auf ein ewiges Besitztum. Deswegen hatte Abraham das auf und durfte das behalten. Und jetzt gucken wir uns zum einen Stelle zu Matthäus 27 an, 52, 53. Da geschah ja auch etwas sehr Ungewöhnliches, was auch nicht fern davon ist, das, was halt auch Abraham passiert ist, Jakob passiert ist, Isaac passiert ist. Vielleicht auch Josef sehr wahrscheinlich. Ja, wo wir auch etwas lesen, was passierte denn dort unter dem Priestertum der Weise Melchisedek. In Vers 22, da lesen wir etwas von, und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Ein Ereignis, einfach so. Und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ja, also eine Totenauferstehung in Gräbern, da wo der Messias war, ja auch verstorben ist. Und die sind da halt aus dem Grab rausgekommen nach seiner Auferstehung. Also zusammen sind sie sozusagen da auferstanden, auferweckt wahrscheinlich schon vorher, aber rausgekommen aus den Höhlen, dann auch nach einer gewissen Zeit. Und das Gleiche wird wohl Abraham auch passiert sein, dass er da auch auferstand von den Toten und seiner Frau, die auch später, wie gesagt, denn auch Jesus' Geburt dabei waren. Die Weisen aus dem Morgenland, ja, das waren entweder alle fünf oder alle sechs oder halt drei davon, das ist ja erstmal unwichtig, von denen, die von den Toten auferstanden sind, die Erzfäder. Auf jeden Fall mindestens Abraham, wie schon angemerkt. Ja, das kann sich, wie gesagt, jeder mal selber hier auch noch zu Herzen nehmen. Also in Bezug müssen es keine Widersprüche sein, die in Apostelgeschichte 7 erwähnt werden. Hier von Igor, wir haben das geklärt, warum 75, wer waren die 75, wer waren die fünf extra Seelen, ja, und wie war das nun mit dem Grabkauf, hat er nun Abraham oder Jakob gekauft oder wurde noch was gekauft, ja, haben wir auch Auslegungsmöglichkeiten, die man nicht widerlegen kann, ja, und schon sehen wir hier, haben wir gar keine Widersprüche mehr. So, wir kommen dann bald auch zu dem nächsten Widerspruch von Igor, dann im nächsten Teil. Bis dahin, Shalom.